Moin! PCGamesHP ist mal wieder in der Welt des Hexers unterwegs und diesmal aus einem bestimmten Grund. Wir haben nämlich wieder Grafik-Tuning betrieben. Das Spiel ist bald vier Jahre alt, sieht noch ziemlich dufter aus, aber es gibt eine Möglichkeit die Grafik auf das Jahr 2019 quasi anzupassen und was das bringt und was es kostet, das sehen wir uns jetzt an. Um den Witcher zu tunen, haben wir wie schon vor einiger Zeit eine PCGH-Tuning-Config. Die Grafik erstellt, das ist die Rendering-XML, also das Spiel hat eine eigene Konfigurationsdatei, in der diverse Parameter stehen, wie Sichtweite, Grasdicht, Tessellation, so Sachen, die man halt so brauchen kann, die die Grafik aufbessern. Das Spiel an sich bietet ja so eine Einstellung höchste und das ist ein vorgegebener Wert für die Sichtweite und so weiter. Man sieht diverses Pop-up, man sieht teilweise auch Probleme beim Streaming, also das heißt, da geht was. Wenn man potente Hardware hat, könnte man einfach mehr einstellen. Das haben wir gemacht und auch einen entsprechenden Benchmark-Artikel veröffentlicht und wir bieten diese Konfig nebst Benchmark-Safe-Games zum Download an und das ist recht komfortabel. Das heißt, jeder, der das Video sieht und Bock drauf hat, nimmt sich die Konfig, schreibt sie in sein Spielverzeichnis rein und kann dann loslegen mit besserer Grafik. Ich zeige mal kurz, wie das hier geht, auch wenn es im Artikel steht. Es ist nämlich notwendig, dass man die Konfig runterlädt und dann ins richtige Verzeichnis packt, weil sonst geht das natürlich nicht. Das geht hier. Also, je nachdem was man hat, also die GOG-Version von Witcher oder die Steam-Version ist egal. Es gibt immer dieselbe Ordnerstruktur. So, ich zeige, dass man hier das ist unter Witcher 3 Wild Hunt. Gut hier in dem Fall. Man geht in Ordner Binary, Config, R4 Game, User-Config-Matrix, PC. Dort liegen diese ganzen lustigen XMLs rum, also die Einstellungsdateien und uns interessiert nur die Rendering-XML. Und da ist jetzt wichtig, dass die alte, die drin ist, gesichert wird, weil es könnte ja sein, dass irgendwas futsch geht und deswegen sollte man die auf jeden Fall sichern. Wie man das macht, das egal. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Ordner Backup erstellt. Da ist die auch schon drin. Das ist jetzt nur zum Zeigen. Also, ich kann sie gerne mal reinkopieren. So, zack. Die ist jetzt im Ordner Backup drin. Und jetzt hat das Spiel keine Config. Das heißt, jetzt kann ich die aus dem Download nehmen, da rein tun und mal zeigen, was da geht. Ist wichtig. Also, wie gesagt, auf keinen Fall einfach loslegen, ohne die zu sichern. Backups sind schlau. So, jetzt gucken wir erst mal, wie das Spiel im Standardzustand läuft und dann, wie es mit der Config läuft. Schauen wir erst mal auf den Standardzustand. Vorweg, das ist immer noch das Testsystem auf Basis eines Core i7-6800K. At 4,4 GHz. Und in diesem Fall mit einer MSI RTX 2080, die Lightning Z. Also, so ziemlich das Dickste, was man sich gerade einbauen kann. Ich habe das Spiel schon mal gestartet. Auf Full HD gesetzt. Nur Full HD. Und auf die maximalen Ingame-Details gestellt. Wirklich maximal. Das heißt, Herberg steht jetzt hier auch auf 8. Und wie man sieht, ist hier alles auf Höchste. Und da geht auch nicht mehr. Das ist die Standard-Config. So, dann gucken wir noch mal. Wir starten hier die Benchmark-Sthene Skellige. Das ist immer noch der Grafik-Worst-Case. Und wir haben hier geschmeidige 140 FPS. Da kann man echt nicht motzen. Geht runter hier im Wald auf knapp über 120. Also, wir kommen da wahrscheinlich recht deutlich über 120 raus. Super. Also, das ist für eine 2080 Ti absolut kein Problem mehr. Und man sieht auch, es hakt nicht und so weiter. Also, Witcher läuft mit maximalen Details auf 12080 Ti natürlich in Full HD. Schön flüssig. Und auf den ersten Blick sieht das auch alles ziemlich dufte aus. Wer das Spiel aber kennt und auch mal die Details anguckt, sieht, dass da ab und zu mal Sachen aufploppen, dass da Textur-Matsch vorherrscht. Und dass auch Objekte fehlen, wie zum Beispiel dieser Leuchtturm da hinten. Ah, da war er gerade wieder. Genau. Der Leuchtturm da hinten, der ist so, ja, ein bisschen zickig, weil der ist an die Darstellungstiefe gebunden und erst wird teilweise nicht dargestellt, wenn er zu weit weg ist. Da sieht man auch, wenn man näher rankommt oder die Kamera an den Rand packt, wird er mal dargestellt und mal nicht. Das betrifft viele Objekte, auch die Bäume und so weiter. Und deswegen haben wir diese Config aufgesetzt, in der, ich lese mal vor, Hairbox verbessert wird, die Anzahl der Hintergrundcharaktere. Das heißt, es laufen mehr Typen in der Stadt rum zum Beispiel oder mehr Viecher, hier wie diese Bergziegen. Wir haben höhere Schattendetails, was auch sehr wichtig ist, denn die Auflösung ist beim Witcher normalerweise ziemlich limitiert. Durch die Erhöhung in zwei Stufen, also wir haben eine PCGA High und eine PCGA Ultra, gibt es nicht nur feinere Schatten, sondern auch teilweise durch die höhere Präzision werden Sachen verschattet, die man vorher nicht verschattet hat. Das sieht man im Artikel in den Vergleichsbildern. Dann haben wir noch verbessertes Terrain und Wasser. Das heißt, die Tessellation ist ein bisschen erhöht. Ist nicht sehr deutlich, aber teilweise schon. Die Texturen, genau, durch das erhöhte Texturbudget wird ein bisschen mehr Grafikspeicher adressiert. Das führt dazu, dass weniger Matsch zu sehen ist bei Übergängen, Betreten von neuen Welten und so weiter. Und genau, die Objekt- und die Grasdichte wird auch erhöht. Das heißt, im Endeffekt, man sieht mehr von allem und das kostet ganz schön Leistung. Und ich zeig jetzt mal, was das kostet. Jetzt nehmen wir nochmal die Tuning-Config, also die PCGA Tuning-Config 2019 quasi und packen sie in das Verzeichnis rein. So, einfach die Standard-Config überschreiben oder einfach rein tun, wenn die andere gesichert wurde und das Spiel starten. Dann erblicken wir und ihr neue Optionen. So, gucken wir nochmal ins Grafikmenü. Unter Nachbearbeitung ändert sich gar nichts. Also da ist immer noch das gleiche Zeug da, da haben wir auch nichts angefasst. Das, was wir gemacht haben, das betrifft das Menü allgemein. So, jetzt sind wir hier nämlich, dass diese ganzen Regler immer noch höchste Anzeigen, also das Preset oben ist ja von CD Projekt quasi als höchstes vorgegeben. Aber hier, die Regler, die gehen jetzt höher auf PCGA High und PCGA Ultra. Das betrifft alle Sachen außer, was war es, das Wasser genau. Das Wasser geht nur auf High, weil da ist 64x-Teslation schon das Maximum. So, ich gehe jetzt einfach mal auf High, um zu zeigen, wie sich die Bildrate entwickelt. Das ist nämlich das Setting für die die meisten Rechner, denn darauf komme ich dann gleich zurück. Ultra ist wirklich, ja, anspruchsvoll. Definitiv, da hat auch eine 2080 TiEgo zu kämpfen und vor allem der Prozessor. Je nach Szene. Ich habe nochmal Skellige, weil da haben wir den Direktvergleich. Man muss dazu sagen, es ist subtil. Es ist ein bisschen wie Raytracing. Man hat von allem ein bisschen mehr, es ist alles ein bisschen schöner und man hat vor allem weniger FPS. Also, wer denn diese Spielwelt in Ruhe anguckt, der wird feststellen, dass da jetzt mehr Gemüse zu sehen ist. Das wird feiner verschattet, vor allem in Entfernung. Auch das haben wir in den Vergleichsbildern festgehalten. Und wie man sieht, sind wir jetzt hier nur noch bei echt okayen, sag ich mal, 110 FPS. Vorher waren es ja so 120, 130. Ist also nicht weiter wild. Das ist jetzt pittiger High. Jetzt gucken wir mal kurz, ob der Leuchtturm die Zicke zu sehen ist. Ich laufe hier nochmal durch Verlund. Das kleine Dörfchen. Da ist er, der Leuchtturm. Wir sehen ihn auch von hier jetzt, was cool ist. Das wollten wir ja. Das sind einfach die Objekte, die man auch erkunden kann. Man kann ja alles begehen, was man hier sieht, dass man das sieht. Das ist jetzt nur ein kleines Detail. Das betrifft aber auch so ein paar Bäume im Hintergrund und so weiter. Wie gesagt, einfach mal genau hingucken. Vielleicht mal vorher, nachher Shot machen. Und das ist wirklich ganz nett. Aber jetzt gehe ich auf PCGH Ultra. Und das ist wirklich ausdrücklich nur was für High-End-PCs. Denn das ist einfach wirklich die Obergrenze für alle Werte, die wir so gefunden haben. Und das ist richtig teuer. Also PCGH Ultra. Das coole ist, man kann ja einfach frei wählen. Man kann sagen, wenn ich die Geländequalität auf High lassen will, mache ich das. Und setze den Rest auf Ultra. So. Leertaste bestätigt. Alles klar. Zur Erinnerung, wir haben immer noch Full HD und eine RTX 2080 Ti. Und ich spawne nochmal im Wald. Und wir gucken mal. Wir sehen, wir starten bei unter 60 FPS. Auf diesem durchaus schnellen Prozessor. Also das ist zwar nicht mehr der allerfrischste, aber 4,5 GHz Quad-Channel-Interface. Und da sieht man dann auch in dem lustigen Frameverlauf hier, das ist immer wieder Spike. Zu alle paar Frames macht zick, zick. Und das fühlt man auch. Auf den meisten Rechnern ist es dann so. Einfach ein unrundes Gefühl. Und das ist etwas, wir vermuten, dass es einfach Overheld ist durch die Objektanzahl, die deutlich gesteigert wurde. Fühlt sich wirklich schön an. Also es ist auf den meisten Rechnern leider. Aber wir haben auch festgestellt, woran es liegt. Es ist nämlich das Objektdetail. Die einzelnen Optionen. Wenn man das ausschaltet, sind die meisten Computer wieder in der Lage, das Spiel flüssig darzustellen. Zeige ich gleich. Ich gucke nochmal kurz. Der Leuchtturm ist natürlich da. Und darüber hinaus sieht man jetzt im so Freiluftvergleich nicht viel Unterschiede. Also da hinten sind mal ein paar Bäume dazugekommen. Es sind vor allem Schatten drauf. Und die bewegen sich lustigerweise auch. Also das ist jetzt wirklich, ja, ich will nicht sagen realitätsnah, aber es ist wirklich sehr weit. Das Gebüße sichtbar. Und wirklich hübsch. Also wenn man das kann, wenn der Rechner das kann, ist das die beste Möglichkeit, den Witcher sich anzugucken. Und da fehlen dann auch diese Löcher in der Umgebung. Also das ist schon ganz nett. Wobei man dazu sagen muss, ist fix nicht alle Probleme. Also es gibt leider immer noch Objekte, die fehlen oder die plötzlich so einploppen, weil einfach das Hardcoded ist. Die Engine sagt dann, naja, ich mach das, was ich möchte. Du kannst das nicht verändern. Betrifft ab und zu mal Häuser in Novigrad zum Beispiel. Kann man das nicht ändern. Oder, wir sind zu doof, vielleicht finden wir ja noch eine Möglichkeit. Wer die Möglichkeit kennt, sagt das gerne unter dem Video. Wir machen dann eine neue Revision der Config und dann wird es noch teurer. Übrigens nochmal zum Speicherhunger. Ich habe schon ein paar Stunden damit gezockt mit der Config und wenn man alles auf Ultra setzt, kann es sein, dass in UHD bis zu 5 GB adressiert werden. 5. Normalerweise sind das ungefähr 3. Also das Spiel wird dadurch relativ anspruchsvoll. Auch was den Grafikspeicher angeht, weil man mit einer 4 GB Karte normalerweise bis normalen Auflösen keine Probleme hat. Jetzt nochmal kurz zum Abschluss die böse Option. Das ist wie gesagt die Objektsichtweite. Wenn man jetzt hier auf High geht, statt Ultra und alles andere auf Ultra lässt, dann gehen die FPS an dieser Stelle hier gerade von 80 auf 100 hoch und die ganz fiesen Spikes bleiben aus. Zum Abschluss noch ein paar Zahlen. Also wir haben das natürlich alles schon gemessen und ich kann hier schon mal den Worst Case zeigen. Das hier oben, der oberste Balken ist auf einem Ryzen 7 at 3,1 GHz mit Standard-Settings in Skellige, 155 FPS. Wenn man die ganzen Geschichten hier auf High setzt, sind das noch 117 FPS. Das heißt die Bildrate bricht ungefähr um ein Viertel ein. Und wenn man dann auf Ultra geht, was dann wie gerade schon zu sehen war, vor allem die CPU platt macht, kann das auf bis zu ungefähr ein Drittel der Ursprungs-FPS runtergehen. Das ist also wirklich nur was, ausdrücklich muss ich dazu sagen, für High-End-Systeme mit schneller SSD, schnellem Speicher und vor allem sehr dickem Prozessor. Wir haben das mal getestet auf einem 99K at 5 GHz, also wirklich die Speerspitze aktuell. Da läuft das. Das ist echt okay. Da kriegt man rund 60 FPS überall. Und alle anderen Systeme sollten vielleicht bei der Objektsichtweite wie gesagt auf High gehen. Grundsätzlich ist es auch so, das Spiel verträgt das sehr gut. Also es gibt keine Probleme dabei. Es ist nicht so, dass dann plötzlich Dinge kaputt gehen und der Safe-Spielstand plötzlich nicht mehr funktioniert. Das ist alles schon erprobt, also keine Sorge, das läuft. Was man noch haben sollte, ist eine schnelle Grafikkarte, denn in so einem Wald wie Skellige ist es dann so, dass die Schatten wirklich sehr leistungshungrig sind, wenn das in den meisten anderen Teilen wie gesagt eher auf die CPU geht. Unterm Strich kann man sagen, schau dich die Benchmarks an und jeder, der ein halbwegs modernes System hat, der kann sich das mal geben. Und falls es doch mal ruckelt, kann man ja vielfältig konfigurieren. Das ist der PC-Vorteil. Und ich würde sagen, probiert es aus, zockt dieses unglaublich gute Spiel nochmal oder fangt es jetzt an, jetzt mit neuer Hardware und neuer Detailstufe. Und ja, wir freuen uns auf die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir müssen hier einen harten Cut machen, weil das gerade abge... Ich weiß nicht warum. Hi, wir schauen uns mal wieder den Witcher an. Diesmal zum tausendsten Mal, aber mittlerweile ist... Was ist denn Unsinn? Nicht hingucken, bitte Benchen. Danke.